Es scheint ganz offensichtlich um Geld zu gehen aus illegalen Waffen- und Drogendeals oder auch aus Frauenhandel, das so gewaschen werden soll. Terror soll damit finanziert werden. Diktatoren nutzen es, um die eigenen Länder auszublündern. Ganz allgemein wird so Korruption und Vetternwirtschaft erleichtert. Aber auch das Thema Steuerhinterziehung und Steuervermeidung für Privatpersonen und Konzerne ist damit möglich. Das ist ein massiver Schaden für unser Gemeinwesen. Denn dieselben Damen und Herren sind es ja auch, die die Infrastruktur unserer Gesellschaft und unserer Gesellschaft nutzen. Vom Kindergarten angefangen über die Schule, über Straßen bis zu Datenautobahnen. Das nimmt man gerne mit, aber für die Finanzierung derselbigen fühlt man sich ganz offensichtlich nicht zuständig. Dabei muss klar sein, dass jeder und jede einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten muss. Insbesondere übrigens dann, wenn es einem besonders gut geht. Konkret fordern wir erstens, die Kanzlerin persönlich muss Druck auf die Staaten machen. Die Geldwäsche, aber auch Steuervermeidung als ihr eigenes Geschäftsmodell für sich entwickelt haben. Das gilt sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch außerhalb der Europäischen Union. Ich denke, Kommissionspräsident Juncker hat hier genügend Vorkenntnisse, um selber effektive Maßnahmen anzustoßen. Zweitens muss der Bundesfinanzminister erklären, warum die Bankenaufsicht, deren Aufgabe ja die Bekämpfung der Geldwäsche ist, bisher nichts in dieser Frage unternommen hat und was sich künftig daran ändern soll. Drittens, in Zukunft muss bei jedem Unternehmen erkennbar sein, wer sind die Eigentümer und wer sind die wirtschaftlich Berechtigten. Wir fordern das Ende der anonymen Unternehmen. Als erstes sollten wir in Europa mit einem öffentlichen Register, mit gutem Beispiel vorangehen. Und schließlich viertens, all diejenigen müssen zur Verantwortung gezogen werden, die sich an diesen Machenschaften beteiligen. Es kann nicht sein, dass auch deutsche Banken offensichtlich tief in dieses System verstrickt sind, mit Schattenfirmen aber keinerlei Verantwortung übernehmen wollen. Alle Banken, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die Hilfeleistung zur Geldwäsche leisten oder gar Terrorfinanzierung müssen bestraft werden. Dass das geht, zeigen andere Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Diesem Beispiel sollten wir folgen. Eine wirkliche Lösung gibt es nur dann, wenn die Mitgliedsländer der Europäischen Union einerseits sich darauf verständigen, dass alle ihren fairen Anteil bei der Aufnahme der Flüchtlinge leisten. Zugleich aber endlich eine gemeinsame europäische Außenpolitik entwickelt wird mit dem Ziel der Beseitigung der Fluchtursachen. Es ist längste Zeit, dass die Europäische Union eine gemeinsame Strategie entwickelt, beispielsweise in Nordafrika oder in Osteuropa, damit dort Perspektiven für die Menschen geschaffen werden, die sie dort vor Ort zum Bleiben bewegen und veranlassen, ihr Land, ihre Länder nicht mehr zu verlassen. Ich prophezeie, die Lage bleibt instabil, wenn wir uns ausschließlich darauf beschränken, wie wir Flüchtlinge von Europa fernhalten sollen. Denn die Verzweiflung treibt die Menschen dann auf andere Wege. Es kann keine Lösung sein, wenn die Menschen statt von der Türkei auf griechische Inseln künftig wieder den Weg gehen von Nordafrika nach Italien oder über andere Wege. Das führt eher dazu, dass noch mehr Menschen ihr Leben verlieren. Konkret wollen wir, es muss geklärt werden, wer soll überhaupt aus Griechenland zurückgeführt werden? Was ist mit alten Menschen? Was ist mit kranken Menschen? Was ist mit Familien mit Kleinkindern? Zweitens wollen wir wissen, wie sieht die Vorkehrung der Türkei aus? Alles, was wir bislang erfahren haben, ist, dass offensichtlich in der Türkei nicht mal die Bürgermeister vor Ort informiert sind, dass die Flüchtlinge kommen, in welcher Zahl sie kommen, wo sie untergebracht werden sollen. Und vielleicht der schwierigste, der schwerwiegendste Vorwurf, das ist der Vorwurf von Amnesty International, dass die Türkei sich völkerrechtswidrig offensichtlich dahingehend verhält, dass Flüchtlinge aus Syrien an der Grenze zurückgewiesen werden oder aus der Türkei abgeschoben werden in ein solches Kriegsgebiet in Syrien.